öffentlich-rechtlicher Art on air und da frage ich mich wirklich, ob das noch unter dem Begriff der Grundversorgung zu fassen ist. Also Herr Raff, konzentrieren wir uns auf die Frage der Grenzkostenproblematik. Hat man die Tatsache im Auge, dass das Internetangebot für euch umso teurer wird, je attraktiver, je stärker es nachgefragt wird? Das ist ja das Hauptproblem, das wir haben. Das darf man überhaupt nicht absteuern. Das ist das Hauptproblem. Nur, so wie es Herr Schölkens darstellt, so wird sich die Welt eben nicht entwickeln. Es wird nicht eine dauerhafte Entwicklung geben. Dort sind die klassischen Programme und dort ist die digitale und die Online-Welt. Da wird es ja eine Konvergenz, da wird es ja einen Übergang geben. Sie werden ja das nicht auf Dauer letztendlich auseinanderhalten können. Und da kommt schon das nächste Problem, das kann man in aller Offenheit sagen. Die Online-Redaktionen sind heute schon gar nicht mehr überall eigenständige Online-Redaktionen. Weil sich das unternehmensorganisatorisch und programmpolitisch gar nicht überall so darstellen lässt. Sondern die Online-Bereiche werden integriert in die Programmbereiche. Weil das fließend ist, wie ich vorhin auch die Arbeitstechniken beschrieben habe. Sie können nicht, im Grunde genommen, wenn Sie eine Hörfunkwelle haben, den Online-Auftritt organisatorisch völlig abtrennen, ganz woanders machen. Das entsteht aus der Redaktion heraus, die letztendlich dieses Programm macht. Und die nachwachsenden, auch Macher-Generationen, die sehen das natürlich ganzheitlich, wie sie ihre Produkte gestalten und anbieten, wie sie ihre Programme machen. Da können Sie nicht mehr sagen, das ist jetzt ein klassisches Hörfunk-Angebot, das ist ein klassisches Online-Angebot. Das ist ein in sich geschlossenes Angebot für eine Nutzergruppe, die natürlich auch mit den Angeboten ganz anders umgehen wird. Diese Trennung, die wir heute haben, die markiert einen Übergang. Und das ist natürlich für uns auch das Schwierige. Auf der einen Seite jetzt nicht die klassischen Bereiche zu schwächen, auf der anderen Seite aber das Neue aufzubauen und nicht zu weit zurückzufallen, indem wir dort nicht das bieten können, was einigermaßen qualitativ von uns erwartet wird. Und wir werden bei den Streaming-Kosten zum Beispiel das Problem haben, welche Qualität können wir auf Dauer bei den Datenraten anbieten. Wir werden das Problem haben, müssen wir dort zumachen bei einer bestimmten Abrufzahl. Das alles wird kommen, denn eines ist doch nicht wahr, das wird doch nicht durch Behauptung richtiger, ständiger. Sie wissen, dass die Gebührenakzeptanz und die Erhöhung von Gebühren in den letzten Jahren eben für uns letztendlich dazu geführt hat, dass die Gebühren nicht so erhöht worden ist, wie wir es erwartet haben. Und sie wohl auch so nicht mehr erhöht werden wird in Zukunft. Wir haben eine ganz andere Legitimationsdiskussion für Öffentlichungen.